. Well, come on everybody, come and sing with a band. Oh, yeah. Well, I want all of you to stand up and get with it till the end. Oh, yeah. Yeah, come on! Thank you very much. Thank you very much. Welcome to the show. I would like to start our studio guests. First, the Buried Man Skiffle Group. Ein Weltenbummler ist dieser Mann, Ramblin' Steve Johnson. Und der Topstar unserer heutigen Sendung ist Giliola Cinquete. So, und nun wollen wir beginnen. Der erste Titel, der könnte mir wie auf den Leib geschrieben sein, weil ich doch mitunter auch eine Menge Telefonanrufe bekomme. Entschuldigen Sie meine Spielerein am Kabel, die man zu Hause als störende Garage empfindet. Dieser Titel heißt nämlich, wenn Sie, zuerst auf Hochdeutsch, wenn Sie einen Trottel gebrauchen können, rufen Sie mich an. Oder auf Wienerisch, wenn Sie ein Weh brauchen, rufen Sie mich an. Und der Fernseher spinnt, und das heißt, stark rinnt, von Mägelig am Sonntag auf Nacht. Braucht man, wem der bereit ist, nach Möglichkeit gratis, der das schnellstens und ordentlich macht. So ein heißer Marita zahlt mir höchstens einen Liter und sagt ihm, das verküsse ich da nie. So ein heißer Marita zählt, der kann ich nicht mehr nach dem Lied. So ein heißer Marita zählt, das ist ein Leib. So ein kleines Telefonanrufe. So ein kleines Telefonanrufe. So ein kleines Telefonanrufe. So ein kleines Telefonanrufe. So das für einen Aksel in derлейule verschwunden wird, Und das ist das, das wirken, das ist ein loverrrt. So ein kleines Telefonanrufe. So ein kleines Telefonanrufe. So ein kleines Telefonanrufe. Wo Mäge kam, Sonntag auf Nacht, braucht man wem, der bereit ist, nach Möglichkeit gratis, der das schnellstens und ordentlich macht. So ein Hassameriter zahlt man höchstens einen Liter und sagt ihm, das fach ist ich da nie. Da ist sich langsam klarer, die Leute sind nur schnurrer und der Blede bin immer nur ich. Darum, wenn's auch weh, braucht's, ruft's mir an, wenn's Telefon nicht besetzt ist, oder ich grad nicht kann, weil ich wehwand an den Traut und lacht, komm ich echt, weil ich bin ein echtes Weh, weil ich bin ein echtes Weh. Wenn's auch weh, braucht's, ruft's mir an, wenn's Telefon nicht besetzt ist, oder ich grad nicht kann, weil ich wehwand an den Traut und lacht, komm ich echt, weil ich bin ein echtes Weh, weil ich bin ein echtes Weh. Jetzt hören wir mal kurz hören, ob die Wurried Man geht an die Mikrofone, den Einsatz noch erwischen. Wir wollen ihn nur akustisch haben, nicht im Bild. Das war The Wurried Man Skiffle Group, the damn best dance band in town. Ganz nett, siehst du, aber einige sind später draufgekommen, dann mach dir nichts.